Hallo und guten Tag. Du hast Stress im Staatsexamen? Keine Sorge, das geht vorbei. Du solltest trotzdem schon an morgen denken und schon mal an deine erste Stelle, deinen ersten Chef und deinen ersten Arbeitsplatz nachdenken. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Christian Schulz. Ich bin Zahnarzt in Friedland in Mecklenburg, unweit von Neubrandenburg. Ich muss erklären, wo das ist. Das ist etwa 60 Kilometer südlich von Greifswald. Und dort, also in Greifswald, habe ich mein Staatsexamen absolviert. Das war im Jahr 2001. Und das war ein besonderes Staatsexamen, denn mitten in der Prothetikprüfung rauschten zwei Jumbojets in das World Trade Center in New York. Unsere Praxis sucht einen Fort- bzw. Weiterbildungsassistenten, der gerne etwas lernen möchte, der mitarbeiten und mitentwickeln möchte. Meine Mitarbeiter und ich praktizieren eine moderne, prophylaxe-orientierte Zahnheilkunde. Wir sind derzeit im Umbau und arbeiten nach Abschluss des Umbaus auf vier Behandlungsstühlen mit mir als Zahnarzt, einer Praxismanagerin als ZMV, zwei ZMPs, zwei ZFAs und einem Azubi im zweiten Lehrjahr. Und ja, ich weiß, jede Praxis behauptet, sie wäre modern, aber unsere Einheiten sind tatsächlich fast neu. Wir arbeiten karteikartenlos mit Soluzio Charlie, haben komplett digitales Röntgen mit Speicherfolien, Scanner, Sensoren und digitalen OPG. Dort arbeiten wir mit dem Carestream-System. Wir nutzen ein Zeiss-Pico-Dentalmikroskop für die Endo-Intra-Oral-Kameras und diverse DSLRs für die Dentalfotografie. Und auch in der Außendarstellung und bei verschiedenen praxisinternen Prozessen streben wir Fortschritte in der Digitalisierung an. So nutzen wir zum Beispiel Online-Terminvereinbarungen mit Dr. Flex, haben einen gepflegten Instagram- und Facebook-Account und an YouTube arbeite ich in Zukunft auch noch. Die Website ist nicht ganz aktuell, aber die Aktualisierung ist in Arbeit. Einen Intra-Oral-Scanner haben wir als digitale Praxis tatsächlich noch nicht, aber das Konzept dafür steht. Er wird eingeführt werden und du kannst dabei sein. Wir werden dabei aber wahrscheinlich mit ExoCAD arbeiten und nicht mit dem CERIC-System, das du wahrscheinlich von der Uni kennst. Was erwarten wir von dir? Zunächst mal ein abgeschlossenes Zahnmedizienstudium. Ich denke, das versteht sich von selbst. Du solltest wissbegierig, freundlich, belastbar, zielstrebig, von mir aus sogar ein bisschen ambitioniert sein. Und eine Begeisterung für moderne Technik schadet nicht, denn wir wollen verschiedene Neuerungen einführen, teilweise recht spektakuläre Neuerungen. Und dort könnte ich die Hilfe einer Assistenzzahnärztin oder eines Assistenzzahnartistes sehr gut gebrauchen. Denn ich habe unheimlich viele Ideen, für deren Umsetzung ich aber durchaus Hilfe brauchen könnte, denn der Tag hat nur 24 Stunden. Was bieten meine Mitarbeiter und ich dir an? Zunächst mal ein wertschätzendes Arbeitsklima und ich weiß, das behauptet auch jede Praxis von sich. Aber meine Mitarbeiter sind teilweise wirklich schon sehr lange bei mir. Du kannst dich gerne bei ihnen erkundigen. Wir haben sehr viele und dankbare Patienten. Wir werden eine sorgfältige Einarbeitung durch das Team und mich ermöglichen. Wir werden planbare Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit anbieten können. Und, das ist wichtig, du wirst eine umsichtige, gut ausgebildete und aufmerksame Stuhlassistenz bekommen. Und, das ist nicht selbstverständlich, das wird dir nicht jede Praxis bieten können, bei der du dich bewerben wirst. Einen aufmerksamen, helfenden Chef haben wir, der sich sehr gut daran erinnern kann, wie es war, als Anfänger mit den ersten Patienten konfrontiert zu werden und welche Friktionen und Probleme dabei aufzureden. Wir unterstützen dich in der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung und geben dir die Möglichkeit zum Mitarbeiter in der Entwicklung der Praxis und später gegebenenfalls auch die Möglichkeit einer Teilhaberschaft. Eine ganze Menge Informationen für jemanden, der im Staatsexamen ist und der für die nächste Prüfung lernt. Und wenn du jetzt für Pharmakologie oder Mikrobiologie oder irgendein anderes wichtiges Fachgebiet lernst, scheint das erstmal zweitrangig, was ich jetzt alles so erzählt habe. Aber das Staatsexamen geht vorbei und in der Regel auch ganz gut. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist relativ wichtig, wo du deine erste Stelle antrittst und bei wem. Und was der dir beibringt, denn das prägt. Und auf dieser ersten Stelle solltest du alle Stationen durchlaufen, die ein General Dentist durchlaufen kann. Und dazu gehört nun mal auch die Behandlung von Kindern, die Behandlung von älteren Patienten, die nicht mehr ganz so gesund sind und auch die Behandlung von Schmerzpatienten. Ich finde inzwischen, es ist sinnvoll, rasch nach dem Studium mit der Arbeit zu beginnen, denn nur mit der Arbeit mit dem Patienten und am Patienten lernt man diesen Beruf und kann ein wirklich guter Zahnarzt werden. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne unter www.christianschulz.de beziehungsweise unter mail.christianschulz.de erreichen. Du kannst dir unter www.christianschulz.de auf unserer Website ein Bild von der Praxis machen. Wie gesagt, die Website ist nicht mehr ganz taufrisch. Die Überarbeitung dauert noch ein bisschen. Die Behandlungsräume sehen inzwischen etwas anders aus und auch der 3D-Rundgang ist nicht mehr ganz aktuell. Die Social Media Accounts werden aber von mir aktiv gepflegt. Da kannst du gerne mal nachsehen und dort werde ich verschiedene Neuerungen posten. Unser Umbau ist derzeit, das ist im Juli 2022, noch nicht ganz abgeschlossen. Du kannst aber gerne vorbeikommen und kannst dir ein Bild davon machen, was für Projekte man so in Mecklenburg auf dem Land entwickeln kann. In diesem Sinne, alles Gute! Wir hören voneinander und wenn es im Staatsexamen mal nicht so toll läuft, denk dran, never give up. In diesem Sinne, bis bald und alles Gute!